Hallo zusammen, ich bin der Markus. Es ist Januar 2020. Mein Feuer ist heute nicht ganz so gut zu sehen wie sonst. Meine Scheibe ist extrem verrustet irgendwie. Ich weiß nicht, manchmal sind so Tage, da passt das Wetter nicht oder... Keine Ahnung, vielleicht liegt es auch am Holz, ich weiß es nicht. So, wir wollen in diesem Video mal über Norwegen und die Preise reden, denn es heißt ja immer, Norwegen ist verdammt teuer und ein verdammt teures Urlaubsland. Ob da wohl was dran ist? Wir schauen mal. Damit ihr das Ganze ein bisschen einordnen könnt, erstmal die Reisedaten. Am 7.7. bin ich hier von der, also ich wohne ja in der Nähe von Kassel, sagen wir mal von Kassel, nach Dänemark gefahren und habe dann erst ein bisschen in Blockhus am Strand gestanden, und dann das Dachzelt aufgemacht und ins Meer geschaut. Das war so schön, ein so schöner Tag. Und dann haben wir in Dänemark eine Nacht übernachtet und sind dann morgens nach Hürzhals zum Hafen gefahren und da ging dann die Fähre nach Norwegen. Also wir sind an dem 8.7. irgendwie so um die Mittagszeit, wahrscheinlich kurz nach Mittag, dort angekommen. Ich kann ja hier mal so ein paar Bilder von der Hafeneinfahrt zeigen. Das war schon schön. Also so der erste, meine erste Reise nach Norwegen und so die ersten Meter Norwegen schon beeindruckend. Und ja, und dann war ich bis zum 24.7. in Norwegen, bin dann an dem, ja es muss auch so um die Mittagszeit, glaube ich, gewesen sein, von Norwegen nach Schweden eingereist, also in Höhe der Lofoten. Die norwegisch-schwedische Grenze ist relativ unspektakulär. Und dann bin ich ja in Schweden über die E45 nach Süden gefahren, Richtung Göteborg. Und da ist dann am 28.7. die Fähre gegangen. Ich glaube, die ist so um 4 Uhr in der Früh losgefahren. Das ist nicht die attraktivste Fährzeit, aber dafür war sie günstig. Wir werden es ja gleich noch sehen. Und dann habe ich, weil die Nacht davor einfach keine gute Nacht war, also ich habe so ein bisschen am Fähranleger im Auto so halb geschlafen, aber das ging nicht so schrecklich gut. Und dann bin ich quasi in Frederickshaven angekommen und habe mir da einen schönen, ruhigen Platz gesucht und habe dann erst mal ausgiebig geschlafen. Und das Wetter wurde dann aber zunehmend schlechter. Also irgendwann hat es dann so ein paar Tropfen angefangen zu regnen. Und dann habe ich gedacht, ach, jetzt machst du das Dachzell zu. Also ich habe, glaube ich, drei oder vier Stunden geschlafen. Und ab da hat es dann nur noch geregnet. Und ja, dann bin ich nach Hause gefahren. Also noch an diesem 28. Genau, also dann haben wir 8 bis 24. Das sind also so 16 Tage Norwegen und vier Tage Schweden. Genau, so und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie sich denn diese Reisekosten so aufschlüsseln. Und wir beginnen mal mit dem, was wohl am einfachsten auf jedermann übertragbar ist. Das sind die Kosten für, sage ich mal, das Reisen mit dem Auto. So, der erste große Punkt war die Fähre. Hörzahls Langesund, 106 Euro hat das gekostet. Ich glaube, sehr viel billiger geht es nicht. Also das ist das, was ihr so mindestens rechnen müsst, so um die 100 Euro, wenn ihr von Dänemark nach Norwegen schippert. Dann als nächster großer Punkt die neuen Fähren in Norwegen. In meinem Video, wo es um die Fähren ging, habe ich ja auch mal so ein paar Preise eingeblendet. Ich verlinke euch das Video mal. Genau, die Fähren haben so zwischen 101 norwegische Kronen und 157 waren es, glaube ich, gekostet. Dann gab es eine längere, die hat um die 25 Euro umgerechnet gekostet. Genau, das waren diese neuen Fähren. Dann als nächstes der Atlanta-Halves-Tunneln. Das ist ja die einzige Mautstelle in Norwegen, wo ein Häuschen steht und ihr dort direkt bezahlen müsst. Da sind wir lang gefahren. Also eigentlich gehört dieser Punkt zum Thema Maut. Aber ist eben extra abgerechnet. Ja, habe ich bar bezahlt an der Stelle. So, dann kam die Fähre auf die Lofoten. Das waren irgendwie 800 noch was Kronen. Und die habe ich tatsächlich mit meiner Amazon-Visa-Karte bezahlt. Und da waren 5 oder 6 Euro Gebühren drauf. Also das war richtig heftig. Diese Karte, so schön sie ja ist, wenn ihr Prime-Kunde seid, alles, was ihr mit dieser Kreditkarte kauft, da gibt es 3% in Form von Punkten. Und da kriegt ihr dann quasi Amazon-Guthaben und könnt das wieder in andere nützliche und weniger nützliche Dinge umsetzen. Aber im Ausland zahlen, im Ausland Geld holen tut es nicht. Dafür ist diese Karte definitiv nicht geeignet. So, dann kam die Fähre von Göteborg nach Frederikshafen. Wie gesagt, das war an einem Sonntag, ja, um 4 Uhr in der Früh. Also eine der unbeliebtesten Fähren wohl. Und viele dort wussten, glaube ich, am Fasse sich einlassen. Also die hatten die Vollausrüstung dabei. Isomatte, Schlafsack und so. Und haben sich dann da irgendwo aufs Deck gelümmelt und geschlafen. Ich hatte wenigstens mein Nackenreisekissen dabei. Ja, ich verlinke euch das mal unten. Und habe irgendwo auch auf irgendeinem Treppenabsatz gelegen und habe auch ein bisschen geschlafen. Aber, ja, es ist einfach, es ist eigentlich eine schreckliche Zeit. Ihr schlaft die Nacht davor nicht gescheit. Und, ja. Aber günstig, ne? 60 Euro, das ist wirklich ein ziemlich guter Preis, würde ich sagen. So, jetzt kommen wir zu dem dicksten Brocken in dem Bereich Reisen mit dem Auto. Das war nämlich das Tanken. Also insgesamt bin ich 6462 Kilometer gefahren auf dieser Reise. Habe roundabout 340 Liter getankt. Und das waren eben diese 480 Euro knapp. So, und der Punkt Maut, habe ich auch in meinem Maut-Video ja schon erwähnt, 38 Euro und 4 Cent. Und wie das genau mit der Maut funktioniert, falls ihr das nicht wisst, schaut das Maut-Video an, da erkläre ich das alles. So, damit ergibt sich eine Reisesumme für diese, alles was mit dem Auto sozusagen zu tun hat, von so ungefähr 910 Euro. Und das war tatsächlich auch der dickste Brocken auf dieser Reise. Also klar, das Tanken in Norwegen, richtig teuer, sehr, sehr viel teurer als in Deutschland. In Schweden ist es übrigens auch teuer. Dazu könnt ihr auch das Video zum Thema Tanken euch mal anschauen. Da habe ich da auch noch ein bisschen genauere Zahlen. So, also dickster Brocken tatsächlich das Reisen mit dem Auto. Dann schauen wir uns die Unterkünfte an. Also wir standen ja zu 90 Prozent. Warte mal, wie viele Nächte waren denn das? Also es waren ja drei Wochen und drei Wochen haben 21 Tage. Dann gibt es 20 Nächte, oder? Und von diesen 20 Nächten 5. Das ist ein Viertel. Naja gut, 25 Prozent der Nächte, habe ich das richtig gerechnet, ich hoffe, auf Campingplätzen gewesen. Die dröseln sich wie folgt auf. Der erste war in Rosendal, da sind wir ziemlich verzweifelt gewesen. Also es wurde immer später und später. Es ist zwar nicht dunkel geworden, aber wir haben einfach keinen Stellplatz gefunden. Oder keinen, der uns so richtig geeignet erschien. Und dann sind wir da auf so ein, das ist da am Hafen. Das ist eigentlich ganz hübsch. Also wir standen in erster Reihe am Hafen, aber auf einem geteerten Untergrund. Also, aber trotzdem so morgens, ich habe mir dann meinen Kaffee gekocht und saß da am Hafen und habe da so schön geschaut, wie da die Bötchen fuhren. Ja, das hätte eigentlich 25 Euro pro Auto gekostet, aber da waren so eingezeichnete Parzellen, sage ich mal. Und als dann morgens der Typi rumgegangen ist, der Campingmeister da, da habe ich gesagt, aber schaut doch mal, wir stehen ja hier und wir sind erst sehr spät gekommen und bestehen ja beide Autos innerhalb dieser Parzelle. Und dann hat er gesagt, ja, okay, dann drückt er mal zwei Augen zu. Und so war das dann quasi der Preis für zwei Autos. Also jeder hat 12,50 Euro bezahlt. Also für 25 hätte ich es eigentlich auch fast ein bisschen frech gefunden. Also es gab genau eine Dusche für Herren und eine für Damen. Und auch ansonsten war das Ganze ja jetzt, also daneben an war direkt auch so eine Werfthalle, sage ich mal. Also zumindest es gab große Tore zum Wasser hin, also da konnten bestimmt Schiffe reinfahren und so. Also da gab es auch relativ früh auch schon Krach. Also dafür 25 Euro, das wäre schon heftig gewesen. So, dann sind wir zu einem Campingplatz gefahren. Das war auch verrückt. Der war eigentlich pleite und dann kam aber irgendwann der neue Besitzer. Da waren wir zwei Nächte und dann hat er, der hatte noch keine Kasse und das war ja, war alles schwarz wahrscheinlich. Und der hat 30 Euro genommen. Und dann waren wir noch eine Nacht auf einem sehr engen Campingplatz, aber mit eigentlich einer ganz guten Ausstattung. Also es gab so eine Hütte mit Grill und so und da haben wir schön Fleisch gegrillt. Und ja, das hat 20 Euro gekostet und einmal noch ein Campingplatz auf den Lofoten. Das waren mit Kartengebühr, den habe ich mit Karte bezahlt, 26,67. Also da hat, glaube ich, die Nacht 25 Euro oder so gekostet eigentlich, wenn man es bar hätte bezahlen können. Aber da war mein Geld schon alle. So, damit wären wir bei ungefähr 90 Euro für die Unterkünfte. Das ist natürlich eine sehr individuelle Sache. Manche fahren nie auf den Campingplatz und ihr habt wirklich viele Möglichkeiten, euch zu waschen. Also da gibt es irgendwelche Flüsse und Seen noch und nöcher, da könnt ihr euch frisch machen. Ich verlinke euch auch mal ein sehr gutes, eine Reinigungserde, die wunderbar ist, die ihr auch im Wasser benutzen könnt, weil das Ganze tatsächlich nur aus Erde besteht. Das ist so ein Pulver, das wird angerührt in Wasser, das ergibt so eine Paste und damit könnt ihr euch wirklich duschen. Das löst Fett auf und so. Wenn ihr damit die Haare wascht, die stehen sehr zu Berge. Das ist nicht so schön, aber möglich. Also sie sind auf jeden Fall dann fettfrei und ihr seid sauber. Ich schreibe es mal unten rein, was das genau ist. Und ihr könnt natürlich auch sehr viel häufiger auf Campingplätze fahren, dann ist der Posten halt einfach teurer. Also bei mir 90 Euro, so wären wir bei 910 mit dem Auto, 90 Euro für die Unterkünfte, also ziemlich genau bei 1000 Euro. So, jetzt kommen wir zum Punkt Lebensmittel. Herrschaften. Ihr macht große Augen. Also wenn ihr süßsüchtig oder herzhaft süchtig, also Chips und Flips und was nicht alles, Pistazien und was man so alles essen kann, seid, dann packt euch große Kisten voll damit. Das ist wirklich, die Preise sind jenseits von gut und böse. Also irgendwie da mal eine Packung Kekse zu kaufen oder eine Tafel Schokolade oder so, das ist einfach, wow, Wahnsinn, wie teuer das ist. Also das nehmt bitte mit. Ich blende jetzt einfach mal so diese Liste durch. Ich habe da so ein bisschen beigeschrieben, für was das Geld war. Ich habe insgesamt, da wo ein S vorsteht, das war übrigens in Schweden, da war es dann schon spürbar günstiger. Also wirklich, also ich habe ca. 150 Euro für Lebensmittel ausgegeben in diesen drei Wochen. Das ist nicht viel, aber ich habe auch echt viel mitgenommen. Also wir hatten, weiß ich, Mama Miracoli dabei und ein paar Dosensuppen dabei. Manchmal, da war ja auch dann so, wo man dann lange gefahren ist und dann hat man, ach, dann machen wir mal einfach noch eine Dose und dann ist gut. Wir haben natürlich auch Fisch gefangen unterwegs. Also es gab drei oder vier Mal, boah, so lecker Fisch. Fisch, Wahnsinn, also frisch gefangen, da träume ich heute noch von. Ja, also wenn das so euers ist mit Angeln, da könnt ihr natürlich auch schöne Mahlzeiten zaubern sozusagen. Aber ich empfehle euch tatsächlich, nehmt so ein paar Sachen einfach mit und gerade wenn es um Süßkram und diesen Salzkram und Salzstangen und was nicht alles geht, also ihr, da werdet ihr echt arm bei. Und dann noch das Problem für Raucher und Alkoholiker, hätte ich fast gesagt. Also wenn ihr gerne mal einen Wein oder ein Bier trinkt, das ist einfach sau, 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 sau teuer. Und rauchen eine Schachtel Zigaretten hat, glaube ich, 13 Euro gekostet. Das ist schon auch nicht billig. Ja, also, aber ihr achtet auf die Einfuhrmengen. Also ihr dürft ja nicht unbegrenzt Alkoholiker und Rauchkram, Zigaretten, Zigarren oder was ihr da auch immer konsumiert mitnehmen. Da bitte genau gucken. Das richtet sich dann auch nach dem Alkoholgehalt. Also da gibt es im Internet, werdet ihr bestimmt fündig so Listen, also so und so viel Dosen Bier und eine Flasche Schnaps oder zwei Flaschen Wein und so und so viel Dosen Bier. Also das, das hängt vom Alkoholgehalt ab. Genau. Ja, das zum Thema Lebensmittel. Also da könnt ihr noch sehr, 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 sehr viel mehr Geld ausgeben. Das ist keine Frage. Und die Sache mit der Kühlbox, ja oder nein, das ist ja auch so eine Frage, über die, glaube ich, auch gestritten wird. Ich hatte jetzt nur so eine Styroporbox mit, eine recht dickwandige und hatte da vier Liter Fruchtsaft vorher tiefgefroren. Also das waren sozusagen die Kühlakkus. Das ist sehr praktisch, weil ihr die dann noch trinken könnt. Ja, also wenn sie dann langsam aufgetaut sind und hatte halt so ein bisschen Aufschnitt und Käse und so mit. Wenn man natürlich eine Kühlbox hat, die durchweg funktioniert, dann könnte man da auch noch ein bisschen mehr mitnehmen und auch noch Geld sparen. Ja, also dieser Styroporkasten hat so vier Tage, vielleicht fünf, ich habe nicht mehr so richtig gute Erinnerungen dran, funktioniert. Und dann war einfach Feierabend. Das ist klar. Gut, man hätte natürlich irgendwie Eis besorgen können, aber auch das war relativ teuer, fand ich. Also jetzt Eiswürfel, die man dann einfach da reinschmeißt, aber habe ich dann irgendwie auch nicht mehr gemacht. Und dann kauft man dann eher mal wieder irgendwie eine Kleinigkeit frisch oder man greift auf irgendwelche eingeweckte Wurst zurück. Hatte ich auch ein paar dabei und so ein Gläschen hält ja dann auch irgendwie zwei Tage könnt ihr das locker, ohne dass das jetzt sofort schimmelt oder schlecht wird benutzen. Ich werde da vor dem nächsten Trip nochmal ein Video machen, was ich denn jetzt so an Lebensmitteln einpacke. Vielleicht interessiert euch das ja dann auch noch. Gut, so und dann kommen wir zu den Sachen, die natürlich sehr individuell sind. Und Pannen, ich hatte ja, oh Gott, Schweden, also ein Kumpel meinte ja, Schweden wollte, dass du da bleibst. Ich habe es ja eher so interpretiert, dass Schweden mich nicht so wirklich mag. Also ich hatte an einem Vormittag zwei platte Reifen. An einem und demselben Vormittag. Und bei dem einen, da ist langsam die Luft raus. Da war ich dann in so einer Deckwerkstatt, wie das heißt. Also ein Reifending und den konnten sie reparieren. Der andere ist mir auf der Autobahn kaputt gegangen. Da bin ich dann noch 200 Meter gefahren. Da war nichts mehr zu holen. Der war so ausgewalkt. Der war einfach hin. Und die Reifen waren neu, bevor ich nach Norwegen gefahren bin. Relativ, weiß ich, 1000 Kilometer oder was bin ich da vorher mitgefahren. Das war schon ein bisschen ärgerlich. Also die Reifenreparatur hat 40 Euro gekostet. Und warum steht da Altreifen? Naja, dieser kaputte Reifen musste ersetzt werden. Das war an einem Samstag. Am Sonntag ging meine Fähre. Und der musste extra reinkommen. Und er hatte keinen Reifen in dieser Größe da. Und dann hat er diesen Reifen von seinem, ist er nach draußen gegangen. Seinem Altreifenstapel. Da hat er einen rausgezogen. Den hat er mir drauf gemacht. Nahezu ohne Profil. Und ja, das war eben das für den alten Reifen. Aufziehen, Wuchten, an einem Samstag 120 Euro. Entscheidet selbst, ob das ein fairer Preis ist. Ich war tatsächlich heute bei meinem Reifenhändler des Vertrauens, weil ich ja mein Auto verkaufen will. Und das kann ich ja nicht mit drei tollen Reifen und einem, der ganz andere Maße hat und kein Profil verkaufen. Und dann habe ich ihm das erzählt. Hier 120 Euro für das Ding. Und er meinte, was hätte wohl der Reifen mit Profil gekostet? Ja, gute Frage. So, und dann gab es noch ein bisschen Andenken, Gedöns. Wie ich jetzt festgestellt habe, eigentlich auch viel zu teuer. Das war so ein kleines, schwarzes, gusseisernes Echt-Teelicht. Und so ein kleiner Elch mit so einer Klammer oben. So ein Zettelhalter quasi. Für 25 Euro, ja. Und damit hat der Urlaub insgesamt gekostet. Also wir waren bei 1.000 für Auto und Unterkunft. 150 für die Lebensmittel. 160, dann sind wir bei 1.335 Euro. Das mit den Pannen passiert ja hoffentlich nicht nochmal. Andenken brauche ich beim nächsten Mal auch nicht. Aber ihr seht an dem größten Batzen, an den Kosten fürs Auto, da ist, klar, ihr könnt weniger Fähren benutzen. Also im Land. Aber mein, das sind 130 Euro. Das ist jetzt bei den 900 Euro auch nicht der dickste Posten. Es ist halt tatsächlich das Tanken. Und wenn ja alles gut geht, dann ist ja meine nächste Tour mit Elektroauto. Da bin ich mal sehr gespannt, wie die Kosten dann aussehen. Also Norwegen hat viele Ladesäulen. Ich habe das auch in meinem letzten Video erzählt und anschaulich dargestellt, wie viele. In Zahlen und Bildern. Aber die Kosten sind halt nicht ohne. Also in Deutschland könnt ihr billiger Strom tanken. Wie ihr auch billiger normalen Sprit tanken könnt. Und das ist eigentlich ein bisschen krass, weil ja Norwegen Strom ohne Ende hat. Und auch Erneuerbaren aus Wasserkraft in der Hauptsache. Und dass dann der Strom trotzdem so teuer ist, zumindest an den Ladesäulen, das ist schon ein bisschen krass. Aber gut, wir werden sehen. So, alles was ich umgerechnet habe, habe ich tatsächlich durch 10 geteilt. Ich kann euch das mal sagen. Ich habe 3600 Kronen am Automaten gezogen und dafür 361 Euro bezahlt. Also durch 10 stimmt ziemlich genau. Das macht es auch einfach im Supermarkt und so. Also einfach durch 10 teilen und ja, den Euro Preis. Also stellt euch drauf ein, Lebensmittel sind teuer, tanken ist teuer, aber das war einfach jeden Euro wert. Dieses Land ist so traumhaft schön und so vielfältig. Und lasst euch nicht abschrecken. Und dann macht Urlaub in Norwegen und plant schöne Urlaube und genießt diese Vorfreude auf diese Urlaube. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das war es für dieses Mal. Beim nächsten Mal reden wir über, wie kommt man eigentlich nach Norwegen. Und da werdet ihr sagen, das ist aber ein doofes Video. Ne, ich fand es eigentlich mal ganz interessant. Es gibt ja Leute, die können keine Fähre fahren, weil ihnen so übel wird, dass das einfach nicht geht. Und deswegen schauen wir uns mal an, wie geht das über die Brücken. Also die in Dänemark, die beiden. Und für die Leute, die auch über so lange Seebrücken nicht fahren können, habe ich auch mal einen Landweg rausgesucht. Und das ist eigentlich schon auch was. Also ich meine für alle, die sagen, eigentlich ist ja die Reise schon das Ziel. Und es geht ja gar nicht um irgendwo anzukommen, sondern um schön zu reisen. Also der Landweg nach Norwegen im nächsten Video mehr dazu. Ich danke fürs Zusehen und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.